Verena Feist ist eine deutsche Fußballspielerin. Karriere Ihre Karriere begann Feist im Jahre 2000 in der Fußballabteilung des SC Kappel in Kappel-Grafenhausen. In der Winterpause 2003-04 wechselte sie zu den JuniorInnen des SC Freiburg, trainierte 2005 bisweilen mit dessen Bundesliga-Mannschaft und kam in der zweiten Mannschaft einige Male zum Einsatz. In der B-Jugend-Mannschaft spielte sie von 2004 bis 2006 regelmäßig. 2006 rückte sie in den Bundesliga-Kader auf und bestritt die folgenden vier Spielzeiten für den SC Freiburg in der Bundesliga. Nach dem Abstieg ihrer Mannschaft aus der Bundesliga 2010 wechselte sie zur Saison 2010 Elftel zum VfL Wolfsburg. In der Saison 2012-13 wurde sie mit der Mannschaft deutscher Meister, Pokalsieger und Sieger der Champions League. 2014 gewann sie mit dem VfL Wolfsburg erneut die Meisterschaft, die Champions League und 2015 erneut den Pokal. Zur Saison 2016-17 verpflichtete sie der FC Bayern München, der sie mit einem bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag ausstattete. Feist durchlief die U-15 bis U-18 Auswahlen des Südbadischen Fußballverbandes. Seit September 2006 spielt sie in der U-19-Nationalmannschaft. Sie gehörte zum Kader der U-20-Nationalmannschaft, die an der WM 2008 in Chile teilnahm und den dritten Platz erreichte. Am 28. Oktober 2010 debütierte sie in der A-Nationalmannschaft, die in Wolfsburg mit 2 zu 1 gegen die australische Auswahl gewann. Bei der WM 2011 in Deutschland gehörte sie zum Mannschaftskader, kam aber zu keinem Einsatz. Erfolge 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 Erfolge